Ich habe euch endlich gefunden. Ihr müsst doch der Grund sein für die globale Erwärmung, oder? Sorry, könnt ihr Deutsch? Glaubt ihr an Liebe an den ersten Blick oder soll ich nochmal an euch vorbeilaufen? Genau, ich wollte nur eure Aufmerksamkeit und das Eis brechen. Na gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich wollte fragen, ob du Liebe an den ersten Blick glaubst, oder soll ich nochmal vorbeilaufen an dir? Danke. Wie heißt du? Lisa. Hi Lisa. Freut mich, ich bin Tolga. Hast ein strahlendes Lächeln. Danke. So schön wie die Sonne heute. Sind deine Eltern Architekten? Nee. Okay, weil du so verdammt gut gebaut bist. Ah, der war gut. High five. Wie heißt du? Ähm, ich bin jetzt zurückgeschoben. Warte ganz kurz, ich weiß, also der war... Nein, war schon gut. Danke. Das sollte nur das Eis brechen, ich würde aber gerne trotzdem mal mit dir einen Kaffee trinken gehen. Wie heißt du? Kommst du von hier aus Berlin? Ja. Wie heißt du? Aus Hamburg. Achso, du heißt aus Hamburg. Nein. Ich bin Berliner, ich war aber dreimal schon in Hamburg. Echt nice, dass die Hafenstadt geht. Ja, ist cool. Schanzenviertel und so. Ja. Wie lange bleibst du noch hier? Ähm, ja, ich wollte eigentlich zurück, also... Jetzt hast du dich doch entschieden, hier zu bleiben wegen mir. Ja. Bist du fisch? Vom Sternzeichen? Achso, du bist Sternzeichen-affin, so. Ich bin die Erschütze. Echt? Genau, ich hab's gesehen, dann dachte so... Ja. Du? Ey, was schon mal an. Was schon? Okay. Aber auch ein bisschen, ne? Merkt man tatsächlich an deinem Lachen so, dass echt, ne... Meister ausstrahlt. So Hand in Hand zum Dönerstand. Nee, nee. Du hakt jetzt einfach ein, so wie deine Tasche. Nein. Habe mich mega gefreut. Habe mich mega gefreut. Gute Reise. Danke schön, ne? Und weiter so. Danke schön. Du auch. Sorry, Entschuldigung, ganz kurz nur. Ich hab euch endlich gefunden. Ihr müsst doch der Grund sein für die globale Erwärmung, oder? Warte ganz kurz. Ganz kurz noch. Nur ne Minute. Ich weiß, der war richtig schlecht. Der war richtig schlecht. Aber der sollte an uns Eis brechen. Wie alt seid ihr, wenn ich fragen darf, eigentlich? Okay. Dann sehen wir uns in 5 Jahren. Hau rein. Ciao, ciao. 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 Ciao.